Ich sag immer, du musst eins werden mit deinem Fahrrad. Deshalb ist es eben wichtig, dass alles eins Art tippitoppi in Schuss ist. Man braucht Licht am Fahrrad, Reflektoren an den Speichen. Fahrradhelm. Niemals ohne Fahrradhelm. Wenn's brenzlig wird, musst du dich auf dein Fahrrad verlassen können. Auf die Bremsen vorne und hinten. Ist ja eigentlich klar.